Großeinsatz in sechs Bundesländern. Die Neonazi-Gruppe Combat 18 ist verboten worden und mehr als 200 Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt. Wie man überhaupt solche Vereinigungen verbieten kann, die sich möglicherweise gegen unsere Verfassung richten und was dabei Combat 18 genau vorgefallen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat schon, ist angekündigt im Vorfeld, dass die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verboten gehört. Nun hat er Ende Januar seine Drohung auch wahrgemacht. In sechs Bundesländern, Thüringen, Osthessen, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden Objekte und Wohnungen durchsucht und der Rädelsführer Stanley R., der als wichtigste Funktion und Figur da gilt, wurde an seinem Arbeitsplatz angetroffen und seine Wohnung wurde durchsucht. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden richtet sich die gewaltbereite Vereinigung gegen die verfassungsgemäße Ordnung der Bundesrepublik, da sie mit dem Nationalsozialismus Wesens verwandt ist. Es gibt ungefähr 20 Mitglieder, die in dieser Gruppe drin sind, die jetzt eben verboten worden ist. Es wurden gefunden Laptops, Tonträger und NS-Devotionalien, auch waffenrechtlich relevante Gegenstände, hat die Polizei gesagt. Und der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gruppe Combat 18 lag in der Verbreitung von Musik mit rechtsextremen Inhalt. Außerdem versucht die Gruppe ihre menschenverachtende Gesinnung mit rechtsextremistischer antisemitischer Hetze in die Gesellschaft hineinzutragen, hieß es von den Verantwortlichen. In Nordrhein-Westfalen wurde ein Gebäude in Kastro-Brauxel durchsucht und diese Gruppe hat eine große Obergruppierung. Sie gilt nämlich als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor, Blut und Ehre. Und das wiederum hat seinen Ursprung in Großbritannien und ist auch besonders aufgrund seiner gewalttätigen Historie auch in Großbritannien sehr bekannt. Die 18, die steht als Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und das H und wird als Adolf Hitler Hinweis entsprechend gesehen. Combat 18 bereitet sich auf den Rassenkrieg vor. Sie haben Drachen als Logo und tragen häufig schwarze T-Shirts mit der Aufschrift und Jacken mit der Aufschrift C18. Das alles ist jetzt verboten. Wenn die Gruppe verboten worden ist, weil sie verfassungsfeindlich ist, sind auch alle T-Shirts mit C18, mit dem Drachen der Gruppe, mit den Adolf Hitler Hinweisen und so weiter verboten. Plus das Motto der Gruppe ist damit auch verboten, darf so in der Öffentlichkeit nicht mehr gesagt werden. Brüder schweigen, whatever it takes. Also wer das zu propagandistischen Zwecken nutzt, darf es nicht mehr tun. Also hier hat das Innenministerium durchgegriffen. Es gab sowas schon häufiger in der Vergangenheit, 18 Mal meine ich, habe ich das irgendwo gelesen, das 18. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung. Also so allzu häufig kommt das nicht vor, deswegen erwähnenswert. Und die Rechtsgrundlage, wie man solche Gruppen verbieten kann, ist Paragraf 3 des Vereinsgesetzes. Und man kann eine Gruppe immer dann verbieten, wenn sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung wendet. Na klar. Und hier wurde festgestellt, die Gruppierung sei eine neonazistische, rassistische und fremdenfeindliche Vereinigung. Die Gruppe kann sich allerdings wehren, binnen eines Monats Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erheben. Man hat sich relativ lange geweigert oder nichts getan seitens des Staates. Warum? Weil Combat 18 das Konzept des führerlosen Widerstands gefahren hat. Es gab zwar gewisse autonome Zellen, die auch nach Regeln und Richtlinien entsprechend gehandelt haben, aber sie waren nicht so komplett als strategisch angelegte Gruppe zu erkennen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn das Ganze führerlos ist. Wie will man dann sagen, naja, das ist eine Gruppe, die wir verbieten wollen. Aber letztlich hat man dann doch gesagt, naja, Combat 18, das ist der Überbegriff, über den man alles zusammengefasst hat. Und somit hatte man jemanden, den man packen konnte, dieses übergeordnete Konstrukt, was als Geldquelle vor allen Dingen Rechtsrock-Konzerte hatte. Es gab in der Vergangenheit auch schon Aktionen gegen Combat 18, die scheinen immer mal wieder Schießtrainings zu machen. Dafür fahren sie dann nach Tschechien, kamen im September 2017 zurück von so einem Schießtraining, wurden dann an der deutschen Grenze von der Spezialeinheit GSG 9 gestoppt und dann wurde doch prompt Munition bei ihnen gefunden. Der Fall landete vor Gericht und man hatte einen Verstoß gegen das Waffengesetz, was hier vorlag. Das Verbot jetzt und die strengere Herangehensweise unseres Innenministeriums ist zurückzuführen auf das Attentat der auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Er ist ja auf der Terrasse seines Hauses aus nächster Nähe erschossen worden. Der Hauptverdächtige ist Stefan E. Es gab dort Hinweise darauf, dass er, naja, zumindest dieser Gruppe nahe stand. Die Gruppe selbst hat sich allerdings distanziert in einem Video. Also die haben gesagt, wir haben mit der ganzen Lübcke Ermordung nichts zu tun, aber das wird schon ein Schritt gewesen sein, warum jetzt das Innenministerium hier härter durchgegriffen hat. Problematisch an der Sache ist, und das rügen auch viele, dass sich der Schritt abgezeichnet hat und dass das natürlich dann für die Gruppe einige Vorbereitungszeit gab. Also die Gruppe konnte natürlich Waffen verschwinden lassen. Ich bin mal gespannt, was da wirklich so dann noch an strafbaren Dingen gefunden worden ist. Fakt ist, die Gruppe ist erstmal verboten worden. Sie kann sich dagegen wehren. Wenn sie das tut, werden wir darüber berichten. Wenn wir mehr wissen darüber, was exakt gefunden worden ist, werden wir auch darüber berichten. Deswegen lohnt sich ein Abo dieses Kanals allemal. Und hier habe ich euch noch ein bisschen was vorbereitet, was ihr euch jetzt noch gerne anschauen könnt, falls ihr noch Lust und Muße auf noch mehr juristischen Input habt. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.